Gefährdet Daniela Katzenbergers Fitness-Contest ihre Ehe? In den letzten Monaten hat Daniela eine beeindruckende Veränderung durchgemacht. Sie hat ordentlich an Gewicht verloren. Mit exzessiven Sporteinheiten erfüllte sich die Kult-Blondine einen Lebenstraum und nahm an einem Bikini-Contest teil. Dabei schaffte sie es sogar auf das Treppchen. Für diesen Erfolg integrierte Daniela einen strengen Diät- und Fitnessplan in ihren Alltag und trainierte regelmäßig. Diese stressige Zeit wirkte sich auch auf ihre Beziehung mit Lukas Cordalis aus. Das war eine brutale Beziehungsprobe, verriet die Mutter einer Tochter gegenüber, Punkt 6. Doch trotz der Strapazen konnte sich Daniela voll und ganz auf ihren Lukas verlassen. Die Fans der 37-Jährigen waren besorgt, dass sie durch den Gewichtsverlust ihren Humor verlieren könnte. Lukas hingegen beruhigte die Gemüter und bestätigte gegenüber dem Morgenmagazin Du bist immer noch die Alte. Vor ihrem Gewichtsverlust musste sich Daniela oft gehässige Kommentare über ihre Figur anhören. Einige dieser Nachrichten offenbarte die Kult-Blondine in ihrer eigenen Show. Um mit den bösartigen Kommentaren umzugehen, setzte sie auf Selbstironie. Mit ihrer locker lustigen Art überspielte Daniela ihre Unsicherheiten geschickt.